Krass Er sieht so gay aus Alter Alter Wohl sinkt Captain Master Niveau sinkt Oh ja Äh, falsche Regeln Äh, da kann man Äh, falsche Regeln Zu viele Definitiv scheiße Scheiß jetzt drauf, Alter Ich bin die zweite Ebene nicht Oh Klopfer Kannst du doch bitte rausgehen hier, Diablo ist nicht für Für diesen... Diablo ist hier nicht erwünscht Das ist lustig, jetzt ist der Mastersraum Ich glaube hier ist Diablo erwünscht Nee, aber nicht wenn der gerade spielt Komm da, verpisst du dich Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott BZW, ich spiel kein Diablo Nein Ach, die kann ich schon mal nicht smalten Was? Geh doch auf die Scheiß LeBlanc, du Idiot Bin ich doch LeBlanc LeBlanc LeBlanc, nicht Nidalee LeBlanc Äh, er kann sich nicht smiten Du Brot, Alter Ich hab jemanden getötet, ne? Also btw No way Ich hab's mitkriegt Ich hab's mitkriegt Oh, mo Ja, hau mal deine box rein Hau mal deine box rein Da hat das TP, da hat das TP Mach mal deinen Haken da rein. Ne, will ich jetzt nicht. Das kostet zu viel Hane. Und zur Zulage... Will ich verarschen? 17 Sekunden abklingt es halt dafür, dass ich irgendwo reinhucke, was mir nix bringt. Okay, das bringt vielleicht noch was. Ah, da war einer. Du bist so dämlich, wow. Da war jemand hier. Da, Sven. Oh. Komm, ich mach mal Sven. Das ist nicht Sven. Das nehme ich dir jetzt übel. Oh, fuck you, wieso müsst ihr mal wegrennen? Fuck you. Mach dem Wort. Geist natürlich keiner an. Natürlich. Außer einer natürlich. Ich hab die Box nicht bekommen. Bin auch angegriffen. Geht mal, da bin ich vor mich. Oh, Gott. Was hast du, wir sollen vor dich gehen? Die Leblanc farmt nur so nebenbei. Also machen. Report hat. Gut. Gibt jetzt nichts. Du hast leid. Du hast leid. Ach, guck mal. Du bist so ein Wichser, alter. Gigi. Warte, in 6 Sekunden, 5 Sekunden, 4 Sekunden. Nein, 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 nein. Ja, ja, ja. Oh, Leblanc. Natürlich. Ach, viel Kölz. Das, das haben wir ein Wort dran, ne? Die Sehner, okay, da unten ist sie. Crash rasiert mal wieder alles. Die Sehner der Richtfelder, ja. Ich bin nicht, ja. Ey, Mann, du hast die da schon wieder so auf den Sack, Mann. Das war mies. Lass mal die Leblanc holen. Warte, warte, warte. Alter, woher? Die hatten doch dann? Okay, go. Okay. So bad. So mad von mir. Level 3. Oh, der ist noch mal Sehner. Der hat gefahren, natürlich. Ach so, ja. Der hat doch, der hat doch Smythe dabei. Ja. Loll. Alter. Je, sie. Das hat eine AD Leblanc. Doch. Alter. Ach, Mann. Tau, gewendet. Wie gut, dass niemand weiß, dass Siri kommt, wo steht, ja? Loll, das Leblanc ist so bad. Die kommt jetzt, hab ich recht? Ja, die kommt, aber die sehen nicht, dass das nur Wain. Ich will zugucken. So, dass sie kommen. Mit einem Super-Temo geht's gut, würde ich doch mal hören. Ah, ja, klar. Ja, ja. Easy. Das freut mich. Einfach. Einfach. Mein Gott. So können Leute nicht einfach einmal normal spielen. Du hast auch EP geliecht, also seh du mal ganz ruhig. Ich hab, wo hab ich denn EP geliecht? Du bist Level 2. Ich bin, ich hab auch 2 Kills und 3 Assists. Ich hab 3 Kills und 2 Assists. Ich hab keine EP geliecht. Nein, gar nicht. Wo hätt ich denn EP leachen sollen? Weiß ich doch nicht, du hast irgendwo EP geliecht. Hab ich nicht. Nein, das ist eine Nieder. Ja, ja. Die Leblanc auf der Lane gefaltet habt. Hab die nicht auf der Lane gefaltet. Ja, aber das war aber unabsichtlich. Und der Dark auch zugelassen und blah. Weiß ich gar nicht, Alter. Bist du dumm oder so? Doch, wir haben... Doch, doch, doch. Lama, Mann. Alter, Triko. Da kriegst du nicht. Ich glaub nicht. Fotze. Du, Lappen. Reportet. Hauptsache nochmal schreiben, wa? Haben doch falsch geschrieben. Ja, genau. Ja, GG. Das darf ich jetzt nicht sagen, Alter. Kriegt Dark nur Probleme. Was für eine kleine... Willst du sie hupen? Vielleicht. Mach's nicht, Marc. Mach's nicht, Marc. Aber Dark ist hier so ein bisschen regerischer. Du bist doch XP-Leader. OMG, sorry, guys. Ich bin XP-Leader, sagst du? Was sind du denn? Da kam ein Schmer. Da kam ein Schmer. Neun Sekunden, Kinnis. Ich bin schon bei vier Seelen. Ich bin richtig stark. Das ist echt schlecht für mich. Ich hab immer noch 25 Rüstungen. Ich krieg keinen mehr. Komm mal mit. So bad, Junge. Richtig bad. Von links kommt noch einer. So bad. Lol, wie bin ich denn gestorben? Oh, nein. Hey, you. Level 4, Alter. Das ist doch ein Witz. Lol, hast du nicht gesagt von ihr? Oh, hier kommt wirklich einer. Naja. Die versteckt sich immer bei den Wölfen. Oh, ich baue mir jetzt meine Armee auf, ja? Alter, Level 4 geblah, Alter. Er hat es einfach reportet. Sorry, guys. Ja, das ist ein Witz, ja. Ja. Die sind geil, die interessieren sich gar nicht für T-Words. Die sind echt scheiße geil, Alter. Hahaha, ja, Mann. Wie in jedem, wie, wie eigentlich in jedem CTT. Guck mal, da. Sagst du, die ist Pops, wie auch, ne? Alter, wie viel Dämmel? Die Box, die Box, die Box. LOL, die hatte da einen Morten, Leute. Oh, no, also. Go, 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 hinterher, Marc. Marc, 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 go, go. Auf die LeBlanc. Auf die LeBlanc. Die sehe ich wieder auf der LeBlanc, oder? Die ist doch hier, Mann. Bist du blöd? Ich sehe sie. Die ist gerade aber irgendwie gejackt. Ach, la, aber doch nicht. Da ist ein Estriol. Ich wollte gerade sagen, die Wölfe will den ganz da bonzen. Nein, du Schleine. Zwei, jetzt hat sie erst ein Kill und die war schon zweimal kaufen, diese kleine. Ich muss sie auch beherrschen. Hier war ein Estriol, übrigens. Hä, wo denn? Das sind zwei Pings. Richtig, danke. Okay, dann geh da auf die andere Seite. Da ist ein TP. Der war zu lang. Bist du doof, oder so? Doch, bist du. Nein. Du bist so doof, Mann. Du bist so doof. Ich kann jetzt nicht schreiben. Oh, Karo, scheiße, ne? Ja, noch ein bisschen mehr EP-Licht. Karo, das fällt keinem auf. Du bist super, Timo. Du stellst dich an die Wand und rückst den B und rennst einfach weg. Toll. LOL. Das war der Falsche. Hab ich recht. Warte, merken die nicht? Dass du an der Wand stehst, wenn du den B drückst und losrennst. Ja, Siggi. 300 Schaden mit ihrem Scheiß, Alter. Genau. Das ist der Wayne. Das ist der Wayne. Ja, der hat dich dahin tippelt. Dann lass sie töten. Lass sie töten, Mark. Ich komm von hinten. Ich komm von hinten. Wieso? Wieso hat sie das gewusst? Ich hab Level 2. Nein, da kommen immer mehr rein. Da kommen immer mehr rein. Hier ist gewartet, hier ist gewartet. Ich bin Level 2, jetzt reicht es mir. Ich babbel mein Busch. Okay. Nee, du kommst nicht weg. Ich komm weg, ich komm weg, ich komm weg. Backport. Oh mein Gott. Oh Gott, Hütte ziehen. Wieso ich? Oh Mann, ein Auto hätte gereicht. Ja, das ist das. Noll, nice. Nein, der Dürfelbock hat. Noll. Es ist mein Kill. Ich mein. Okay, lieber Lili, Sven. Er nennt sich TRG. Mama, du bist so eine Mutterölze, den hätte ich noch locker bekommen. Am Arsch. Ich hab 10 Seelen, Alter. Die Gegner sind für lame. Die laufen gar nicht in die Büsche rein. Die laufen gar nicht zu Timo. Eben. Wenn ich dem eine Box entstelle, bringt es gar nichts. Ich glaube, ich stelle hier jetzt mal ein Wort. Das du, Wayne. Wo ist denn der Ezreal hin, Mann? Keine Ahnung. Na, nicht mehr mach. Der wird wahrscheinlich nach da oben. Wasser, geh mal drauf. Er macht echt viel Charme mit seiner Kuh, war der Ezreal? Ja. Weil er so einen geilen Schienen hat, hab ich gehört. Ach komm. Oh komm. Oh, komm. Groß, Alter. Oh, komm. Ach komm, der hat's schick. Oh, da ist ein Elida-Deal. Pum, bitch. Egal, Caro, du schaffst das da unten schon, ne? Du schaffst das schon. Jaja, ich komm weg. Ah, du einwandstirbst ist nicht so schlimm. Das wird schon, Caro. Wieso müsst ihr eigentlich alle eben in die falsche Richtung laufen? Ich hab keine AP bekommen. Da ist ein Wort drin. Ich bin tot. Bring auf die Laterne. Ich bin tot. 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 Na, komm, Junge. Komm in den Busch. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Und sogar noch ein bisschen Extraschaden machen. Go, go. LOL, da ist ja gar keine Kante, weil... Doch, da war eine Kante. Da, genau da. Siehst du die Kante? LOL, Mark. Oh, was ist die Falle? Ja, gestillt. Das war ein guter Trait. Nein. Komm, ich geh ne Boxen-Army aufstellen. Okay. Ich hab lokal, da keine. Ja, dann stell ich die Boxen und du machst den Kill. Warum das der Ezreal? Er wird ja stärken. Ja, stärken. Stärken. Wo? Wo ist er? Da hinten ist er. Okay. Bin unterlegt. Da, da. Da. Ja, komm, lies den. Immer merkwürdigerweise über die Line, du kleine. hat der Kugel und das ist das Problem im Grunde du brauchst es aber tut mir aber leid und ich kann nicht wissen ja Seelen sammeln die liegen da so unaufhängig um ja auch leider tot egal ich komme entgegen Leute Box die Box die beste der Welt ist natürlich wieder ja kommen war treib doch du kleine Hure Mann die Nummer die Riesi Buh! Wurde ich bisschen geklärt. Sind alle hier unten. Alle. Alle. Alle? Was hast du? Alle? Nee, nicht alle. Alle. Alle oder alle? Alle. Alle. Ich würde es lustig bekommen. Jetzt habe ich 5 Health-Pots, ne? Und ich kriege keinen Life abgezogen. Scheiße, ne? Inkompetente Gegner. Guck mal, ich habe sogar Angst vor mir. Ich habe null Farm. Ich habe genau einen Farm, das ist gut. Auch. Du hast den großen Minigab bekommen. Nein. Nein, niemals. Lass hier warten. Ey, warum ist hier alles gewartet, Mann? Ihr kleinen Wichser, ey. Es ist interessant, dass ihr da seid, wo keine Gegner sind. Natürlich sind da Gegner, bist du dumm oder so? Komm mal hier in den Busch, komm mal hier in den Busch. Du bist tot. Wir haben auch ein bisschen Leblanc langgelaufen. Du kannst mich mal nicht besuchen. Du kannst mich mal nicht besuchen. Du kannst mich mal nicht besuchen. Kann ich dich denn mal? Einschalten oder was? Ja, richtig einschalten. Ja, machst du, wie geht's dir? Gut. Noch ein bisschen Leib. Er hat sich den Fälsch gekauft. Ja. Gibt Leben. Go, go, auf den Carry! Go! Wo sind die Carry? For Baylife, EU. Ist hier unten. Fail. Alter, ist sie schnell, Mann! Obwohl sie geslowed ist! 41 Leben. Lol. Wotste, Alter. Ich glaub ich mach die so richtig schön greedy. Nein! Aber der hat getötet. Schlecht ist die Leblanc. Oh, lol. Nein! Die Trap! Ja, die hat mich getroffen. Guck mal, hab ich die Leblanc verarscht. Wo ist denn die Niederleer? Faro will zum Maul da unten hinlaufen. Ja, die Niederleer ist tot. Ich hab die Niederleer getötet, der. Die Leblanc, die, die da ist. Okay. Dazu tanzen wir vielleicht nicht. Der beste Plan. Killing Spree. Dum dum dum. Dum dum. Dum dum. Lol. Lol. Ja. Wie meint sie wer Chavo, wenn sie wegkommt? Nein, 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 nein. Sie nieder. Chavo renn. Good job. Good job. Good job. Was? Der Lee möchte sterben. Ich möchte sterben durch die Traps. Die sind Traps, Mann! Meiner. Okay. Das ist nicht deiner, du kannst hier nicht machen. Ab zweier Boots. Ab zweier Boots. Ab zweier Boots. Die ist schneller. Die ist egal, was du machst. Die ist schneller. 966 hat die. Die ist egal, die ist schneller. Der Wayne ist immer schneller. Noll. Außer wenn ich die spiele, dann ist sie immer langsamer. Oh ja. Ich bin schneller. Ich bin schneller. Fertig aus. Ich habe 3er Boots. Ich habe 1er Boots immer noch. Ich kaufe mir 4er Boots. Ich kaufe mir 20er Boots. Ach, arme Caro. Ich stecke 4er Boots. Ich stecke 4er Boots. So am langweilen. So, ich bin so ein Leder. Voll spannend, sagt die. SACH. SACH DIE. DIE. SACH DIE. Da. Da ist ne LeBlanc und hat an Bord drin. Okay, ich komme. LeBlanc. Aber sie muss doch jeden Kill stehlen. Oh Gott. Wir sollten vielleicht mal da unten helfen. Ach, wer ne Lösung? Dark tötet die eh alle. Da brauchen wir erst gar nicht hinlaufen. Ja, pfff. Langweilig. Außer zum Stehlen vielleicht. Einfach. Gerade da, die hilft hier. Wo ist denn die hin jetzt? Ich will mit meinem Busch zurück. Ich will wieder über die Lane. Da unten ist noch ne Niederleben. Wir laufen über die. LOL. Du bist ein Hacker da. Du bist ein Hacker da. Du bist ein mega Hacker da. Du bist ein mega Hacker da. Ah, hier ist ein Ezreal. Da ist aber nur ein Ezreal. LOL. HETTA HER JETZE! Da bin ich grad ein bisschen verarscht. Oh ja. Go, go, Dark Ranger. Da ist die im Iole. Fickster, Alter. Wir sind immer um die Traps. Nein, no. ARROR READY! ARROR! LOL. LOL. Da unten ist die LeBlanc. Da. Alter, ich will die ganze Zeit jetzt die Wayne töten. Ich hab irgendwie Lust auf die Wayne. 1,8 sagste. LOL. HURRE! Der war aber nice. Der war nice. Der war nice gewatetet. Ich weiß ja genau. Alle. Alle in meiner Klingel nicht. Okay, hier unten ist nichts mehr geworden. LOL. So bad. Unglaublich. Du musst, dass dein Maul aufreißen. Das war'n los. Da steht ein Ward drin. Da braucht ihr nicht rein. Da steht ein Ward drin. Da steht ein Ward drin. Alter, lass sie doch ein bisschen ihre Skill-Shots wasten. Da unten ist ne LeBlanc. Was für Skill? Du meinst wohl eher die Shots? Loil! Ja man, nice. Ich war's. Loil, der fucky. Komm, wir gehen LeBlanc töten. Oh Gott. Ich muss sterben. Ich muss sterben. Loil. Ich überlebe das mal. Ah Quatsch. Ich mach Mana. Tschüss. Ich hatte keins mehr. Scheiß. Scheiß Deutsch von Mero. Genug Mana. Ich nicht. Hier unten ist ne LeBlanc und ne Niederlin. Ja ich komme, ich komme. Lauf einfach immer über die Tower. Auf jeden Fall eine Träne, Dark. Scheiß. Träne ist dumm. Mir kannst du kaum sticken. Shut down. Herr Caro ist schon zweimal gestorben. Wir sollten uns vorsichtig sein. Ja dann geht doch mal runter zu ihr und gimpelt da nicht die ganze Zeit oben rum. Ja und du bist hier der Gimpel. Warum? Ich bin doch unten bei Caro. Ja ich geh ja schon. Ich komme auch. Ich bin nämlich gleich vor Ort. Nein. Da ist wieder ein Watt. Wie hab ich vorhin getötet? Hilfe. Die da? Da konnte ich jetzt wenig machen. Weil keiner da ist. Ich bin alleine gegen LeBlanc. Du sollst auch runter zu Caro und nicht irgendwo da hinten rumlaufen. Ja dann hast du Pech? Du musst eh nur noch ne Minute übernehmen. Nur noch. Sagste? Hab ich auch schon nur noch eine Minute gehabt. Wir haben wir verloren. Guck mal wo kann ich denn erinnern? Wo ist die Wayne? Wo ist die Wayne? Wo ist die Wayne? Du kriegst die eh nicht. Die sind eine meiner Boxen herangelaufen und ist gestorben. Ach du schau mal ob hier jemand ist? Ja nicht weiter. Die eh nicht. Ulti. Au. Wow. Er hat getroffen. Ah wer hat von Porno. Das war. Das war. Das war. Ich bleib mal bei Caro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Watze alter. Welches Level ich sieht? Level 6? Achso ok. Ich gebraucht halt. Nice. Ok der Ahnung. Da ist er. Da war ein TP. Ok ich komme. Was? Alter ist das Lay man. Ich schieße meinen Haken. Ich flashe dich. Und der Sekunde ist weg. Es ist doch manchmal. Die Wayne hat sich aus meiner Ulti rausgekut. Also halt mal ganz die Klappe hier. Ja der hat sich aus meinem Crew auch rausgekut. Wir haben alles verballert. Ja. Das passiert auch manchmal. Ich will der Taps hier liegen. Gönn dir Penta. Ja ja. Gönn dir Penta. Das passiert auch manchmal. Echt mal Dark. Gönn dir Penta. Gönn dir Penta. Verpasst dich man. Die sehen mich. Es ist eh schon aus. Es ist mir egal. Es ist mir egal. Auf die Wayne. Kompetent to Wayne. Leblanc. Sorry Wayne. Nein. Ist nicht schnuckig. Sie geben. Ok sie geben auch. Nein nein ich hab den Rett nicht mehr bekommen. Ist nicht schnuckig. Ist nicht schnuckig. Ist nicht schnuckig. Das ist schon nicht schlecht. Ich bin gedeutscht. Ich bin gedeutscht man. Ist das das Leben.